Herzlich Willkommen bei der Willi Crew! Das sind wir! Ich filme heute die Crew, ok? Ich freu mich! Los geht's! Das passt da nicht rein! Das passt da nicht rein! Okay! Musik 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 Es wächst langsam Musik 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 2 Liter Speise Musik 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 So, dann füllt es sich langsam. Was brauchen wir noch? Duschgel und Handcreme. Ein kleines Geschenk für Kinder. Malbuch oder Block oder Mahlschüsse? 2 kg Zucker, 3 kg Mehl, 1 kg Reis, 1 kg Nudeln, 2 Liter Speise in den Plastiksatz, 3 Packungen Multivitamin-Brause-Tabletten, 3 Packungen Kekse, 5 Kacheln Schokolade, 500 Gramm Kakao mit Pänkepulver, 2 Duschgel, 1 Handcreme, 2 Zahnbürsten, 2 Tum Zahnpasta. Genau, haben wir alles. Musik Sarah, was hat das jetzt gekostet? 2,5 Euro und 5,5 Euro. Okay. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.